Kann ich mittlerweile? Nein. Wo kriege ich denn Leben her? Wo könnte man leben? Wo kriegt man in der Realität Leben her? Mal so in den Chat gefragt, damit ich weiß, wo ich versuchen sollte zu interagieren. Danke, dass ihr Boden schreibt. Damit hätte ich ja nie gerechnet, dass man Leben vom Boden bekommt. Oh, Leute, ich habe eine Leuchtung gefunden. Mehr oder minder Nähe oder im Wasser. Na gut, ins Wasser rein komme ich nicht. Hier ist keiner. Wieso ist der Astronom nicht hier? Warte mal, was für ein Zeichen hat der übern Namen? Hat der überhaupt, hab ich den hier überhaupt schon zu zeichnen? Wäre immer mehr. Uff. Äh. Reden, was drüber ist das Portal. Der, der beim Leuchtungswerter sein soll, der hier aber keiner ist. Ja gut, okay. Gut, dann nicht. Äh, so ein Blödsinn. Vor ein paar Tagen hat er das Handy gekauft. Meine Schwester hat dann trotzdem auf dem alten Handy, obwohl die SIM-Karte im neuen Handy ist. Wait, what? Jetzt was geht. Okay, da geht es nicht weiter. Ich muss aber eigentlich zurück zur Kirche ganz schnell, weil der Bischof da ist. Ich würde mich eigentlich gerade super gerne hier umgucken. Aber wenn ich den Bischof jetzt wieder nicht erwische, dann... Äh... ...geht es wieder nicht weiter mit der... ...Geschichte. Das ist ja auch ein bisschen doof. Wenn man sich wieder eine ganze Woche warten müsste. Was ist denn das hier? Okay, keine Ahnung. Hoch. Digo, denkst du, dass ich verrückt bin? Nein, sowas würde ich schon niemals denken. Versuche nur optimistisch zu bleiben. Ich weiß, worauf es wirklich ankommt. Äh, worauf denn? Glaubst du, dass er es verstehen würde? Nein, Digo, das würde er nicht. Er kann es nicht sehen. Okay, dann sage ich einfach irgendwas anderes. In der Frieden, meine Gewürz-Süßigkeiten. Darauf kommt es an. Süß wie Honig. Ich bringe mir Honig und ich bringe dir bei mir mal einen Kuchen backen. Uuuuuhh. Kuchen. Frische Eier. Achso, ich gucke Eier an. Achso, ich kann mit den Eiern... Okay, klar. Ist kein Mpc hingesetzt, sondern einfach nur ein Korb mit Eiern und mit dem kannst du handeln. Sicher. Na gut. Hacke mal, mein Handy ist aus. Das alte ist aus. Sowieso, keine Ahnung. Oder halt... Oder hat sie via Messenger oder andere App angerufen. Nehmen wir die normale Nummer. Dann verstehe ich es wirklich nicht. Ich will das trinken, Entschuldigung. Sehr interessant tatsächlich. Oh. Hier tummelt es schon ein bisschen. Wie viele Pilze habe ich jetzt? Sorry. Vier. Also bräuchte ich schon ein. Okay, machen wir gleich. Aber erstmal zum Bischop. Ich meine Benachrichtigung, dass jemand angerufen hat. Ja, das stimmt ja irgendwas nicht. Das kann man irgendwie nicht vorstellen, dass das dann richtig läuft. Hi, du. Äh, nein. Hi, du. Ne Friede vorbereitet. Ich hatte wirklich den richtigen Eindruck von dir. Hiermit nenne ich offizielle Wärter des heiligen Ortes. Du bist ein Prior dieser Kirche. Du bräuchst mir deine erste Predigt vor. Was für eine Ehre für dich. Oh Gott. Du kannst sagen, du sprichst die Worte. Welche Worte? Die Worte. Eigentlich kannst du erzählen, was du willst. Weißt du, das ist dir gar nicht so übel. Du hängst ein paar Dekorationen auf, ein paar nette Kerzen. Musik, war auch, öhl dich ein für eine schöne Massage. Kurz gesagt, der ganze Kram ist dabei, mehr Glaube zu bekommen. Glaube ist Macht. Okay. Volk Prediger. Ah, ich brauche fünf Glaube, damit ich mit Schlange sprechen kann. Okay. Das ist jetzt mal eine Quest. Oder was ist jetzt mal eine Quest? Äh. Äh. Okay. Fischis Gebet. Äh. Hm. Ah. Möge die Macht mit euch sein. Nicht übel, nicht übel. Meine Predigten sind viel besser. Sollst du wirklich besser auf deiner nächsten Viterämonie vorbereiten. Ich glaube, der letzte April hatte irgendwo Bücher mit den richtigen Worten in der Kirchenbibliothek. Du findest bestimmt alle komische Zeug. Einer der Werte hat Wissenschaftliche Experimente betrieben. Das kannst du alles wegwerfen. Blaupause Arbeitstisch. Sammel alte Bücher. Erzähl den Leuten von der nächsten Zeremonie. Ich verteuere in der nächsten Woche sogar jemand auf. Erzähl den Pflicht jeden. Ah. Okay. Oh, ich hab deinen kleinen Aufgaben für dich reden, wenn du bereit bist. Was ist los? Du wirst zu trocknen. Das ist nicht gut für meine Haut. Erzähl den Pflicht jeden. Okay, dann kannst du dich um. Ich hab zwei Perks bekommen. Prediger. Hat dir gesagt, dass du jetzt ein Messer gehalten kannst. Hab ich. Wissbegieriger. Du gräfst tiefer, findest wesentlich Dinge. Einen Gegner zu studieren, verrät dir vielleicht eine Geschichte. Wie studiere ich die denn? Okay, keine Ahnung. Hier kann die auch nichts. Okay. Ha. Wait, what? Wie hört die Geschwindigkeit? Ich dachte, ich kann die Bücher lernen und nicht sowas. Was ist denn hier? Was ist denn das jetzt? Entschuldigung. Notizen. Kaufen Arbeitstisch für... Was ist denn der Arbeitstisch? Ist das das hier? Oh, yes. Und dafür halte ich dann... Was? Untersuchen. Achso. Kannst du auf allen den Puder. Oh, ich gebe gerade lauter ab. Naja, ist ja nicht wild. Dann muss Schlange halt ein bisschen weiter länger warten. Oh, der Gegenstand kann nicht zerfallen. Danke. Kann auch nicht zerfallen. Okay. Arbeitstisch. Kegelförmige Gefäße. Wahrscheinlich aus Glas. Und die kann ich nicht machen, weil... Ja, Klassbüsserei. Fehlen mir halt dann blederblaue Punkte für. Aber dann aktiviere ich schon mal das Glas. So. Okay. 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 Ich hatte die Kirche jetzt nur 1%. Kann ich... Nee, kann ich nicht. Okay. Ich muss erst mal gucken. Hoch. Oh. Von der Königischen Schatzkammer. Wir sind froh, dir jetzt wieder von der Kirche des Videos gratulieren zu können. Wir können dir außerdem mitteilen, dass du durch die Wendung dieser Ländereien zu so suspekt-königlicher Legislatur geworden bist. All Strukturen auf den Ländereien von deinem Sitz der Kirche. All den Reihen und Gebäude, die nicht tiefer als einem königlichen Sprung und vier königlichen Spuckweiten betragen, weil laut der Urlaubung der Königfamilie und der stadt. Okay. Steuern. Auf. Passierschein haben sie jetzt. Hast du gerade. ok da kriegt das siegel her für für das fleisch zu verkaufen ist immer komplexer ja du ja jetzt habe ich den keller bekommen aber bin trotzdem nicht schlauer als vorher was die blauen punkte angeht das ist natürlich belastend aber naja bis halt so man kann ja nicht immer alles haben im leben ist halt einfach so das gott wieder ok ich fühle mich so erfrischt das doch nett mpcs hat hier das portal wechsel klar ja schluck auf klas wann ist er wieder da mit dem gewidetach finde ein stempel ich weiß mittlerweile wie ich kriege fünf honigtöpfer er hat aber nicht gesagt was ist eigentlich das hier unten ist nicht schon die ganze zeit da ach das sind wahrscheinlich die buffs war oder bin ich jetzt auch keine ahnung ich bin auch verwirrt ok ich muss zehn warte mal ich habe so viel brenner als gemacht nein du sollst das nicht wegpacken erfolgreichste zogen das war glaube ich dumm hätte ich nicht machen sollen naja ach nee ich wollte ja brennholz mitnehmen bin so doof kommen immer 50 brennholz mit das müsste schon eigentlich bei dem einen in stadt dann verkaufen können oder wenn ich es ist jetzt richtig verstanden habe bräuchte ich auch für so einen scheiß balken hier ein stück wie holzplanken klar ich muss sagen es ist cool was aus dem game geworden ist ich kenne das ja noch von youtube im early access und ist schon einiges draus geworden muss man sagen ich bin verschlossen bis ich wie ist da der valley krass die müssen auch freundheit aufbauen warte mal jetzt bin ich weinberg gut zu wissen dann weinberg ist das wusste ich bis jetzt auch noch nicht also dass man wahrscheinlich ein wein anbauen kann ist da jetzt komplett raus ich meine schon warte mal äh gibt es hier einen shortcut für shopseite okay ich gucke später nach ich meine schon hier ist noch nee das war nicht runter weil das nutzen klippen beziehungsweise wir haben aber es ist ein schmied ich war gerade zu rohne hat man schon doch schon ist sage ich noch keine weizen habe erst mal pilz sammeln da ist er geht schon gut ich bin gleich wer da ist holz war gerade ein bisschen deine hütte ab wie findest du jetzt die holzplanken so rein also nicht holzplanken sondern für einen ja gut ist aber nicht schlimm geld ist geld ne wer bist du eigentlich oh ah wahrscheinlich muss ich die sachen selber anbauen damit ich die kompostieren kann oder was also ich kann es wahrscheinlich nur mit obst und gemüse machen ist nicht ganz richtig aber es verstehe ich irgendwo auch ein bisschen ok jetzt habe ich raus verkauft jetzt jetzt geht es los kinders jetzt kann ich geld machen jetzt hält uns nichts mehr gar nichts mehr ich würde aber gern trotzdem mal gerade wohl aber ich gehe erst mal hier rüber schlanker leiche mehr bekommen weil dabei fällt mir auf ich habe ich gegeben ich habe ich gegeben ich habe ich gegeben nein was wollte ich jetzt Ach Da Bürger Königliches Siegel Das kostet ja sogar 50 Silber Ich dachte, ich habe gerade so Halsabschneider Hast du da noch eine rum? Nee Nee Aber ich habe mit ihm noch ein Gespräch Was, das ist jetzt ein geistiger Sieht so aus Ich kann mich nicht an den Tod erinnern Vielleicht ist dort gar nichts Oh, ich habe es noch vergessen Weißt du, ich hatte diese nützliche Angewohnheit Das war unser ganzes Gespräch Immer nett, mit dir zu reden Prägt mich immer sehr weit nach vorne im Leben Nee, ich hatte da keiner mehr liegen Von daher Äh, sorry So Äh, nee Warte mal Jetzt Äh, ach ja Ich wollte ja hier Wie viel brauche ich dafür Für den Garten auszubauen Oder hofergrößern Zehn Komplizierte Eisen Okay Ich muss aber Brennholz nachlegen Zack Äh, da Ah, kann ich das machen? Schön Was war es denn? Flusssand Ach, nee Kann ich doch nicht Hä? Oh lol Kann ich das nur Warte mal Amboss Amboss kann ich aber auch Schon bauen Ja Fällt es immer mal da oben hin Zehn brauch ich davon Hab ich gesagt Wieso macht der mir jetzt nur fünf Wenn ich zehn brauche Hä? Ach nee Mach dir mal zwei Warte Kurz mittendrin auftanken Mist Jetzt Jetzt Müsste ich doch den hofergrößern können Oder? Nein Mir fehlt eine Holzplanke Dang it Jetzt Aber Ist der Wozu Immer weg Natürlich auch geil Kann ich sagen Jetzt noch Verschieben Damit es schöner aussieht Wahrscheinlich nicht Oder? Warte mal Ich sag mal Eisenärztlager Kann ich jetzt sagen Ich glaub nicht Oder wenn ich auf die Sachen gehe Und irgendwie Sachen verschieben Eher auch so nicht Nee Gefertigt An Zombiemine Ah ja Okay Ha Schau Dass es unsere vorgefertigte Bereiche gibt Kann auch sein Dass sich das später ändert Würde ich sogar eigentlich fast stark von ausgehen Wenn man diese Baulizenz hat Dann Das kann ich noch ablegen Das kann ich auch wieder ablegen Braucht er auch gerade nicht im Winter Kann ich die mittlerweile nicht verkaufen Stimmt Was brauch ich denn Um die verkaufen zu können Musste ich dafür Burger sein Oder muss dafür Die Kirche auf sein Warte mal Das checken wir jetzt gerade noch mal kurz Hab ich nicht vergessen Hä Okay Okay Ich muss gleich mal Ich muss gleich mal Ein E-Mail zeigen Was für Ich bin eine Wache im Dunkeln Toll Handeln Yo Kann ich so schon verkaufen Okay krass Was ist denn Ruhestein Nein Ich wollte wissen was ein Ruhestein ist Sagst du mir nicht ne Ne Zwiebelringe Geil Jetzt hab ich elf Silber Ich hab wieder vergessen Was kostet so ein scheiß Siegel Zum Menschen Also zum Fleisch verkaufen Hi Glück auf Gras für dich Schmeckt irgendwie komisch Jetzt schmecke ich gar nichts mehr Warte kurz Ich weiß mal schnell vom würzigen Keks Den ich dabei hab ab Genug vollkommen schmacklos Ich spüre überhaupt nichts Was hast du mir da gegeben Nur Wonach du gefragt hast Morgen hat's passiert Das ist der Fluch Als ich noch jung war Wurde mir vorher gesagt Ich hätte verlieren würde Was mir am wichtigsten ist Wer hätte jetzt gesagt Ein alter Wahr sein können Ich bin bei einer Karawane Durch die Wüste Bei den nördlichen Bergen gereist Ich mach keine Oase halten Aber diese alte Frau Alles was ich sagte Wurde wahr Und jetzt auch noch das Tut mir echt leid Warte mal Kennst du vielleicht irgendwelche Hexen Äh Ne Hm Der Visitor hat es bestimmt alle erwischt Wenn die alte Clotho Noch im Leben wäre Sie war schon ziemlich alt Als ich jung war Wenn sie noch im Leben ist Muss sie eine echte Hexe sein Sollst sie in der Mitte Des wäschlichsten Sumpfs aussuchen Zeige es der Händler Und Priester Die immer die Lebensstiliebstränke Abgekauft hat Die ihre Hilfe braucht Daran erinnert sich sie bestimmt Du warst mal Priester Nein Mein Bruder war der Priester Darüber will ich gar nicht reden Ich zeige auf dich Mein Freund Heide meinen Fluch Ja ich schau mal Was hat der denn Goldschmuckverzierung Seide Traubenkern Okay Okay viel Spaß Und zocken Katze und Dankeschön Dass du da warst Mach's gut Dankeschön Und noch Einen wunderschönen Abend hier Das ist die Quest bei ihm Heilung ist ein Fluch Eine alte Hexe In der Mitte Des westlichen Sumpfs Ja Aber ich kann doch Beim westlichen Sumpf Irgendwann nicht mehr weiter Amin Könnte ja gerade mal schnell Mal abchecken gehen Achso Ich hab noch Pilzdinger Okay Guti guti So autorun Dann könnte ich mir auch Einfacher was einschenken Aber das muss ich jetzt Immer so machen Weil hier im Sumpf Weiterkommen ist halt echt Ein bisschen Schwierig Wahrscheinlich aufgrund dessen Ne hier geht's nicht weiter Jetzt bin ich schon falsch gelaufen Na GG Nolan Äh Dann ne Hier lang Es ruckelt hier ein bisschen Da geht's Ich warte Da geht's Aber hier geht's Runter Und dann geht's Hier wieder hoch Und hier waren wir schon mal Ich hab das Gefühl Dass wir Aktuell Eventuell noch gar nicht Zu dieser Hexe kommen Kann das sein Oh Hier geht's auch runter Ja ich Revidiere meine Aussage Eventuell nochmal Vielleicht Ist ganz schön Nervig Nervig ums Stiefel Ich bin nervig ums Stiefel Vor allem wenn ich Beleg habe Wenn wir den ganzen Tiefel zurücklaufen dürfen Das ist auch Hält sich meine Freude Dann eher doch so ein bisschen In Grenzen Ich komm von hier aus Ich komm von hier aus Ich komm von hier aus nicht an die dran Okay Ich seh es zwar schon Musste aber trotzdem noch den ganzen Weg auslaufen Oder Geht's hier jetzt irgendwann nach links Jo Gut Genere Bis 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 zum nächsten Mal.